Für die Leute, die nicht im Gaming Café waren, lesen wir mal die Überraschung vom Fighting Corner, das war ein Turnier von Sensei Soldier Soul, bei dem 13 Leute mitgemerkt an der Rioxus konnte sich als Nummer 1 enthüllen. Glückwunsch! An der LSL hat sich dann Luis zum Schluss durchgesagt, gehen 30 Partizipaten und den nächsten Preis gewonnen. Glückwunsch! Und dann zum Schluss, nach dem Redschuss, die DDR und Aytoi haben für eine super Stimmung gesucht, das war voll erfolgreich. Auch Kurukyu hat von dem einen oder anderen angezogen und hat positive Feedback gehört. Wir haben viel mehr für den Gaming Café, auch wenn ein bisschen mehr Eidl war, es war trotzdem eine schöne Atmosphäre. Die Fotos, die da hier sind, sind natürlich gesponsert von Geeks Live Luxemburg. Guckt doch auf deren Channel. Nur, das ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Sie haben noch einen externen Wordpress-Set. Geht mal an, da sind lauter interessante Themen, die euch vielleicht interessieren. Und mit dem Blackstar ist so, merci. Untertitelung des ZDF und den이드